Also das Video von unserem Vierertag, das war ja sehr leise. Ich habe das jetzt nochmal durch mein Videoprogramm, also durch das Schneidprogramm, laufen lassen. Jetzt ist es eigentlich relativ normal, würde ich sagen. Naja, ich habe es halt aus dem Grund jetzt nochmal hochgeladen. Hallo. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Schönen guten Abend aus Kamala, Kokosmus Bar und Restaurant. Der Markus aus Fürth, also praktisch. Hallo, alles gut. Ach, hier seid's halt. Kommt er morgen zum Schweinebraten. Überlegt's euch halt, wäre schön. Ihr könnt auch gern heute noch was trinken, haben wir auch nichts dagegen. Ist doch noch früher am Tag. Das wäre doch was du auch wahrscheinlich. Tschüss, danke, ciao. Ja, das waren zwei Nette von der Tour gestern, die wir nachtern. Die James Bond Island Tour. Kann ich jedem empfehlen, der hier ist. Leute, wenn ihr irgendwie in Richtung Phuket seid, Südthailand, Gernze und Thomas in die Kokosnuss. Ich bekomme nichts für die Werbung. Mir quälts einfach hier. Das Zimmer ist bei ihm völlig in Ordnung. Schön groß, sauber. Bevor ich denke, ich sterbe zu viel, ist es wirklich meine echte Meinung. Danke. Ja, können wir das Video schon wieder aufrechnen. Zumindest fertig, hab ich es gesagt. Gott sei schmerzlos. Du musst vergessen, oder? Ja, das ist aber schön. Ist ja auch Mittelfranke, so wie ich. Ist doch schön, darfst du mal vorbeischauen. Ich bin doch mit Ansparer. Dann ist man speziell. Ansparer, ja genau. Ansparer sind speziell. Ich bin der Hauptstadt, der Regierungshauptstadt, kann man sagen, von Mittelfranken. Ja, ich bin ja aus der Regierungshauptstadt. Auch noch. Also mein Chef. Mein Chef. Genau. Grüß dich bei Geilen. Und das Interessante ist ja, ihr seid ja außer dem Jens. Der Jens war vorher schon bei mir, vor YouTube, gell? Du warst tatsächlich durch einen Zettel, bist du hergekommen, oder? Ja, das ist durch die Berge. Ja, ja, vor Covid halt, ne? Am Motorrad war das dann, vor Covid. Wie die Rolle Autokaufgabe, die hat man die Autokaufgabe. Aber kennenlernen kann man uns eigentlich jetzt erst durch die Covid-Zeit. Ja, jetzt sind wir schon fast verheiratet. Ja, aber ich bin. Bist du eifersüchtig? Überhaupt nicht. Er hat mal viel zu tun, dann kommt eine Zeit. Ich bin der einzige Hesse, ja. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein bei den Leuten. Du bist der Hesse? Ja, sie. Ja, und du? Was bist du? Niedersatz. Niedersatz. Na ja, das ist hier eine Übertage. Ja, auf jeden Fall hatte ich schon mal auf die richtige Seite gesetzt. Ja, genau. Die Ländergrenze haben wir hier gezogen. Ja, das ist schon, ja. Ich bin jetzt der erste Tag hier. Das ist schon wirklich, muss ich sagen, fällt mir wirklich gut. Das Feeling ist wieder fett. Sorry, dann machen wir mal Prost. Nach 25 Jahren wieder hier zu sein, das ist schon wirklich. Ich habe dich gehabt. Ich habe dich gehabt. Ich habe mich auch immer wieder in einem Urlaub drei bis vier Kurzurlaube zu machen. Verschiedene Gegenden, verschiedene Arten von Landschaften. Mal das Fahrrad in den Strand, mal das Fahrrad in Richtung Natur, Wasserfälle, Berge. Und das klappt wieder ganz gut. Ich weiß, um es ganz kurz zu erläutern, am Anfang, ein paar Tage nach Bangkok, wo wir kurz in Kanchanaburi, da coole Wasserfälle, Ereban-Wasserfälle. Dann danach auch so ein Kloß verbracht. Auch sehr interessant. Dann wieder kurz Bangkok. Kabi geht es hier, bei Thomas, vier Nächte. Morgen geht es nach Bangkok. Dann geht es Richtung Osten, nach Chandaburi, vier Nächte. Und dann geht es wieder heim. Dann ist es leider wieder rum. Hast du auch eine Lotterie gespielt? Nein. Es gibt noch die Lotterie. Aber das wäre eins zumindest. Also, auf die Passat. Ich habe Ballon, der hat wahrscheinlich gewonnen. Ich verrate es bloß. Ich verrate es nicht. Eine positive Erfahrung hat er gewonnen. Und wie lange so kommt es schon hierher? Nach Thailand, das erste Mal war 2006. War ich zum ersten Mal da? Ja, ach so. Das war dann damals meine Animmung für die Winterwoche. Mit der Hochzeitsreise, genau. Das war als Pauschalreise gebucht. Ich bin dann seit 2007 auch wieder regelmäßig. Meistens mit deutscher Freundin oder Ehefrau. Jetzt alleine. Und ja, wenn es eine von denen sieht, sorry, aber es ist einfach noch entspannter. Ja, okay. Weil man auch die Entscheidungen, die der Taxa auch noch selber treffen kann. Und da jetzt nicht böse sein, nicht falsch verstehen. Wer mich kennt, weiß, wie ich es meine. Das ist manchmal nicht so einfach. Wenn du dann zu zweit oder zu dritt reichst. Und dann gibt es immer der eine rechts, der andere links, dann sieht gerade aus. Das ist das Problem. Aber es gibt da auch Leute, ich kenne wirklich Leute, die da funktioniert es. Die machen immer zusammen Urlaub und die haben hier Probleme. Auch das? Ja. Das konnte ich oder konnten wir damals schon auch. Also die klassischen, wie man Griechenland oder sowas oder Malle, da alles gut. Aber hier, wo es so viel Verschiedenis zu sehen gibt, ist es noch ein wenig schwerer, die gleiche Meinung zu finden. Und oft war es so, dass auch die Ansprüche der Begleitung noch ein bisschen anders waren, was das Zimmer angeht. Weil nur am Meer liegen, da wäre ich nur drei Stunden um, das ist für langweilig und so weiter. Das ist mir genau. Das ist nicht böse gemeint, aber das ist einfach anders. Das ist immer für ein Netto. 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 Ich mache das so. Ich mache das so. Absolut. Dann kommt die Frage, die nehme ich, wenn du da alleine reist, dreieinhalb Wochen, ist dir das für langweilig? Nein. Ich habe zwei Bücher dabei. Könnt ihr bitte jeder mal schätzen, wie viele Seiten von den Büchern ich schon gelesen habe? Fünf. Gar keine. Rechtsschätzung? Ja, gar keine. Ich sehe, beide sind original und gelesen im Zimmer. Wenn du dich hier offen verhältst, den Menschen gegenüber, kannst du hier in Rheinland tun, was du möchtest. Man trifft Leute wie euch. Ja, das war ich mal. Alles super. Es stehen neue Kontakte für die nächsten Urlaube und so weiter. Das ist genau so. So soll es auch laufen. Genau. Und besser geht es doch dann. Es ist egal, wo wir herkommen. Wir sind alle gleich. Wir sind alle auf dem Mainz-Heiß-Klamet. Das gehört einem uns. So schaut es aus. Wir sind egal, was wir wollen. Schade ist ja, dass es immer noch diese Grenzen gibt. Wenn du dich überlegst. Also, dass du dich eigentlich gar nicht frei bewegen kannst. Außer du hast halt richtig Kohle, dann gibt es was an. Ich glaube, der Elon Musk. Ich glaube, der kann schon überall liegen. Ja, ich hatte die Kohle bis zum Abhängen. Aber der glücklicher ist als mir, wer weiß. Geld für ruhig. Ich mache das Leben einfach ab. Ob es glücklich macht, das weiß kein Mensch. Wenn jetzt hier beim Ausflug, den ich in Krabik gemacht habe, da waren auf dem Boot Leute aus Singapur, Australien, Chinesen, Russen. Ich war, glaube ich, der Einzige, wenn man es so will, Europäer. Wenn die Hosen natürlich so, als Rent-Belle ich sie, hat alles voll funktioniert. Das war doch ihre Stimmung. Sie sind ja alle ganz anders als zu Hause. Komisch, komisch. Du gehst hier durch die Emigration durch und alle schalten. Also, wie wenn du einen Schalter umlegst. Ich lasse ihren Modus um die Uhr ab. Alles wird gechillter, relaxter und jeder versucht, den anderen sich nicht auf die Hülse zu treten und ein bisschen entgegenzukommen, ein bisschen entgegennehmen und funktioniert. Funktioniert. Warum funktioniert das nur hier? Das ist eh nicht. Nächste Frage, wie oft aufkommt, ist das Thema, ja, das ist ja alles so gefährlich und unsicher. Nein, nein, das ist sicher ohne Ende. Also, bitte. Ich glaube, es liegt aber halt auch daran, weil die halt schon, wenn du als Ausländer was magst oder dich aufhörst, wirst du dementsprechend bestraft. Also, du musst dir das schon mal wegdrängen. Und die, die es machen, die waren ja wirklich... Nein, bloß. Die hatten ja hier mal eine Zeit lang Probleme mit den Franzosen, also die arabischen Franzosen, weil die sich so aufgehört haben. Und dann haben wir, man hat jetzt gar nichts mehr gehört, aber die haben dann die einfach ausgewiesen. Und dann kam auch der Französische, also habe ich gehört, ich denke mal, das stimmt, der französische Botschafter, der hat gesagt, okay, dann schmeißt die raus, wenn die sich nicht anständig benehmen. Das ist ja auch nicht so. Weißt ja, die haben sich halt aufgehört. Nicht alle, ne, aber zum Teil haben sie sich halt aufgehört und jetzt ist es auch ruhiger, weil man sieht die kaum noch, ne. Also, das ist, hast du mal schauen, wie die Hochsaison ist. Aber das spricht sich halt dann auch bei denen rum. Du kannst dich hier nicht so aufhören, weil dann was draus ist. Das sollte man die deutsche Bundesregierung machen. Wir sind Gäste, wir haben uns zu benehmen. Wir haben uns noch mehr zu benehmen wie die Einheimischen, weil wir sind die Gäste. Auf Deutschland gibt es den Einspruch, ein guter Kast ist niemals last. Und da ist was dran. Ich habe es, glaube ich, hier und dir vorhin schon gesagt, wenn ich durch Bangkok laufe oder irgendwo wo immer fahre, nachts um drei, in egal welchem Zustand, ich fühle mich da sicherer, als am Nürnberger Hauptbahnhof, am Nürnberger Hauptbahnhof nachts um elf oder so. Da will ich nicht mehr sein. Ich habe ja gehört, dass der Nürnberger Hauptbahnhof jetzt einer der gefälligsten sein soll. Das war früher ja gar nicht groß. Das war früher, das war ein Nürnberger. Also, wie ich war in Deutschland, wo das war halt auch verhoben. Ist ja kein Deutscher mehr da am Bahnhof. Ja, aber da war da nichts geschehen. Ich bin aus einer kleinen Mittelstadt, da ist eine Kreisstadt, 60.000 oder 80.000 Einwohner. Da kannst du abends nicht mehr das Bahnhofsviertel laufen. Da kommst du keine Polizei rein, nimmst du, das ist so. Das Bahnhof, das ist aber mit Leichstatt, Wetzlar. Wetzlar, Leica, Zeiss. Ich kennst den Handball. Ja, Handball, genau. Und da kannst du am Bahnhof abends, kannst du gar nicht mehr, also als Frau schon mal gerade gar nicht. Und das kannst du nicht sein. Das ist doch unser Land. Ja, ist das wirklich so? Ja, Thomas, das ist so. Das ist wirklich so. Ich habe es in den eigenen Augen gesehen. Und ich habe von vielen Leuten schon gehört, da brauchst du nicht mehr hingehen. Und dass da irgendwo dann irgendwelche Übergriffe stattgefunden haben. Und natürlich auch hier Schieber rein. Das ist schon arm. In jedem Bundesland. Das stimmt. Alles dasselbe. Schöne Grüße an die Regierung. Jawohl, das ist schon. Ich kann es nicht glauben, dass es so ist. Für mich hört sich das an, wie ich bin, als ich bin, als ich bin. Ja, scheiße, egal. Und jetzt... Hörst du hier Bayern? Hessen, Hessen und wir Sachsen, ja. Das ist ja schlimmer wie in Bayern, oder was? Nein, das ist Südreis. Das ist auch Südreis. Außer in den östlichen Ländern. Also die fangen an, langsam an durchzugreifen. Weil da hat es auch viel überhand genommen. Aber die Sachsen fangen jetzt schon langsam an da Feuer zu machen. Kein Geld mehr. Die wollen das jetzt nur noch mit irgendwelchen Wertmarken. Oder nebens mit dem Sahsen. Na, dürfen die das dann? Die versuchen es, ja versuchen es. Das haben sie versucht und schon wieder gekippt. Weil das war auch wieder nichts. Komischerweise nach dem Zweiten Weltkrieg ging das alles. Jetzt geht es nicht. Und jetzt geht es auf einmal gar nicht mehr. Ja, weil, ach, wollen wir nicht abschweifen. Naja, lass uns über was Schönes reden. Über Thailand ist ja, reden wir über Thailand. Und ich glaube das jetzt einfach mal alles nicht, weil ich bin schon so lange da. Aber es ist auch bestimmt nicht, was ihr da erzählt. Das stimmt. Wir schicken immer Videos oder Zeitungsberichte. Ja, ich kriege das ja einmal mit. Aber ich konnte es manchmal gar nicht glauben. Man kann es ja nachvollziehen. Das kommt mir hervor, als wenn es ein Witz wäre, als wenn es ein schlechtes Witz wäre. Das ist mehr als ein schlechtes Witz. Das Problem ist halt, dass der Witz war es. Ja, das stimmt. Und ich meine, es ist doch auch so, wenn einer in dein Land kommt, dann muss er sich ja ordentlich benehmen. Und wenn er sich nicht benehmen, dann ist er raus. Machen wir den Teich auch so. Na dann. Und so ist es hier auch so friedlich. Weil die Leute, das hat sich umgesprochen halt. Mir gefällt das auch, dass die Leute dann auch knallerhaft bleiben. Ja, gerade die Polizei oder wenn wirklich, ja, da wird durchgegriffen. Ja. Da wird nicht geschoben. Da kann man nicht hingehen. Es sind Ausländer, es gibt eine schlechte Presse und da und da stimmt. Nein, da wird gehandelt. Ja. Bei uns wird nicht gehandelt. Da wird viel geredet, aber es wird nicht gehandelt. Und das ist das Problem. Die hören nicht auf das Volk. Das ist das Problem. So, jetzt zu Thailand. Morgen macht ihr, glaube ich, den Ausflug zum, wie heißt das, die Bruder, der früh um 5 Uhr standet. Also auch für die Frühaufsteher und euch vielleicht, potenziellen Gäste, mehr Frühaufstehen, in der Kühle drauflaufen, oder? Ja, ist schön. Vor allem ist ja da kein Verkehr und so. Und, äh, schöne Sache. Da ist jetzt noch, so wie der Früh, aber ohne Verkehr, ja. Hat ja leider auch sehr viel zugenommen. Ich weiß gar nicht, wie das in der Hof ist, aber. Aber solange du wirklich in deinem Hotel bist und am Strand, wenn du halt rausfährst, dann ist es schon heftig in der Frühaufsteher. Ich wollte es gesehen haben, das hatte ich eben schon. Ja. Bis November. Ja gut, du warst ja 26 Jahre immer da. Ja, aber von dem Verkehr her. Das war schon krass. Du kommst morgens um 7 hier an und dann stehst du nur im Stau. Ja, ums Stau. Ein Minibus nach dem anderen. Ja, okay. Das ist wahnsinnig. Eine Stunde bei der Immigration, mindestens eine Stunde bist du da überhaupt mal durch. Bist du unglaublich. Da war der Tipp, war ungefähr eine Viertelstunde, zehn Minuten eher noch. Aber gut, ich hab auch schon mal eineinhalb Stunden gestanden. Also das geht ab. Das passiert nicht. Da muss man schon rüber stehen. Da kann man sich auch üben. Ohne sich aufzuregen. Wie es bei uns passiert. Richtig ist, du bist aus dem Flieger raus und stehst im Flughafen geboren. Richtig. Und dann fällt dir schon mal ein großer Stein vom Herzen. Richtig. Und du weißt, du bist hier drei Wochen oder mehr da. Und du weißt ganz genau, 45 Minuten später bist du in deinem Hotel, in deiner Anlage, egal wo, in deinem Kondominium. Richtig. Und dann heißt es nur noch duschen und ausruhen, ein schönes, kühles Schangbier trinken. Oder Singer. Oder Singer. Oder Neo. Oder deutsches Weißbier auch. Aber die Last, die werden in dem Moment runterkommen. Ich merke das jetzt schon. Ich bin jetzt gerade, sagen wir mal, 13, 14 Stunden her. Ich bin total relaxed. Total relaxed. Einfach runtergefahren. Geht mir auch mittlerweile genauso. Die ersten Uhr war es ein bisschen schwierig. In Bangkok, da in den Lärm, in das Trubel da reinzukommen. Jetzt mittlerweile fühle ich mich in Bangkok schon erholt. Ich komme da an und weiß, ich weiß auch, wie komme ich von A nach B. Wie mache ich es am besten? Wo ist das Hotel am besten auszuwählen? Wenn ich was machen will, läuft. Und da weiß ich, es wird spannend. Auch wenn es Chaos ist. Weil du auch weißt, du kannst jederzeit nicht den Taxi in deinen Bus setzen und bist irgendwo anders dann. Und selbst, wenn du mit der U-Bahn oder was fährst. Ich weiß gar nicht, die helfen dir. Die haben ja wirklich noch Leute, die erklären, wie die da zurecht kommen, wenn die dich nicht auskennen. Mach das mal in vielen Ländern, gibt es das ja gar nicht mehr. Aber letztes Jahr, das war doch wunderbar. Die haben uns doch wunderbar schön durchgefahren. Ich habe es gesehen in den Medien, das war auch sehr interessant für mich. Ich habe das gar nicht so gekannt. Das gab es ja damals, wo du jetzt immer da war, gab es das noch gar nicht. Die ganzen U-Bahn-Bahn-Verbindungen. Und das gab es überhaupt nicht. Das war Wahnsinn. Ja, das gab es nicht. Taxi? Ja, damals gab es den neuen Flughafen noch nicht. Das war doch von morgen Flughafen. Denn der persönlich ist ein bisschen besser zu fahren. Wo das Hofbräuhaus drin war. Kannst du dich noch erinnern? Da war da so ein Hofbräuhaus drin? Ja. Das war geil. Kamst du in den Flughafen an? Da steht da, glaube ich, es war Hofbräu oder was? Irgendwas war es. Auf jeden Fall. Sehr deutsch hat das. Sehr, sehr u-deutsch. Der Schwarzwaldstippel war in Frankfurt. Aber so ähnlich so. Bayerisch. Das war geil. Das war schon geil. Da habe ich mit einem Kollegen gesessen und haben ja bald ein Flieger verbracht. Kommst du in den Banknickelschen oder hast du da? Hochbräuhaus? Im Flughafen. Das war ja ein riesiges Ding damals. Warum? Auch immer modern. Es gibt da in dem Skyfall keinen einzigen Schwarzwald. Da kommt keiner rein ohne Tickets. Du gehst rein mit einem Pass, mit einem Jett oder was genau. Du kommst nicht mehr raus ohne zu bezahlen, denn du zu wenig drauf hast. Es gibt keine Schwarzwaldstippel. Wenn der Skytrain im Flughafengebäude einfährt und alle Passagiere steigen aus, dann wird der Zug erstmal komplett einmal durchgereinigt, bevor die neuen Passagiere einschneiden. Ach ja. Ja, haben wir erlebt. Okay. Es kommt keiner rein, dann gehen die einmal komplett durch alle Abteile durch. So schön Sauwasser machen. Guck mal. Ein paar Minuten später gehen die Türen auf. Bei uns ist alles leider ja auch. Ja, da kann man nicht überlegen. Ja, da kann man. Folge kurz der U-Bahn, S-Bahn, kann man einsteigen und so weiter. Das ist alles spannend. Ja, ne? Nee, das war auch sehr schön. Und auch günstig. Kostet das fast nichts. Für uns zumindest, denn der ist kein günstiger. Vom Flughafen jetzt reinfesten sind es wirklich 40, 50 Grad. Zu der, ähm... Wie heißt das? Auf die Taxifahrt. Sehr günstig. In Bangkok. Das ist günstig. Sehr günstig. Gar nicht zum Vergleich, ich bin jetzt mit Phuket, wenn ihr jetzt ein paar Kilometer fahren geht. Ich weiß nicht, was die hier für Preise ausrufen. Ich glaube, das kostet ein Taxi von ein paar Ton hierher. Ja. Ich habe ja auch nur 200, 250. So, das geht ja auch. Ja, das geht ja auch noch. Also, wenn ihr jetzt von Bode, wenn ihr jetzt schon ein normales Taxi, dann müssen wir 500 Euro dabei. Ja, die machen jetzt aber auch schon 300, weil... Also, letztes Jahr waren es bei 500 Euro. Ich sage auch immer, es ist auch eine gewinne Behandlungssache. Wenn du den... Je nachdem, was es für den Typ ist, du musst abchecken, dann kannst du schon was machen. Weiß nicht. Mit Sicherheit. Und wenn der Merkt, dass du vielleicht noch ein bisschen teilsprichst, dann bist er schon vorsichtiger. Wander. Wer weiß, du bist mir das erste Mal, wenn man das spießt. Ja, macht ihn aus. Ja, macht ihn aus. Ich glaube, ich helfe schon ganz gut, dass wir den Missbütteligen, du kannst dich ein bisschen ausdrücken. Hilft immer so. Erstens auch als Höflichkeit. Auf jeden Fall. Ich kann jetzt... Ich kann jetzt... Ich kann nicht wirklich zeigen. Ich kann ein bisschen Essen erstellen. Ich kann mit anderen begrüßen und so weiter und das war's. Ist doch schon mal ein Anfang. Ist doch schon mal was Gutes, meine ich. Aber es reicht, dass man... Es gibt, was man möchte. Ja. Das wird auch gehonoriert. Die Menschen merken das. Die merken, du gibst dir Mühe, du kommst dir auch entgegen. Die machen es dir leicht. Ganz einfach. Also kann man es doch sagen. Weil das heißt, machen es einfach wirklich leicht. Weil daheim das Gemotze, wenn man sich dann beschwert, dass die im Hotel, die in Spanien kein Deutsch sprechen oder in Griechen, dann würde ich sagen, ich wollte nicht. Hier ist halt hier ein anderes Land. Ja, ja. Die haben doch... Es wird dann gleich noch daheim. Die geht auch zum Griechen zum Essen oder zum Sprachen. Ja, sehe ich genauso. Da sind wir voll einer Meinung. Und dann mit solchen Leuten würde ich irgendwann gar nicht mehr über das Thema Urlaub reden, weil das ist mir dann einfach zu anstrengend, weil... Möchte ich nicht. Das ist auch nicht schön. Weil die ist halt so schade, ganz ehrlich. Weil wenn ich einen Urlaub so haben möchte, die daheim, dann bleibe ich daheim. Richtig. Ja. Ich brauche jetzt hier nicht unbedingt... Wie ich schon sehe, wenn sie die in Mallorca immer die Liegen da mit diesen Handdeckern bedenken, was ganz modern war. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja immer noch so. Ist das immer... Sie auch so? Ja, aber die tun... Ja, ist verboten halt. Die tun dann... Das ist verboten, richtig? Das ist doch schon mal ein anderes. Machen aber nicht nur die Deutschen. Das macht die Inländer... Also gibt es Schlägereien um die Liegen schon. Das ist wirklich Wahnsinn, oder? Das ist ja völlig eine Vollgaschef. Oder die Salmerdampfrieden schaffen auf der Welt. Nee, dafür müssen wir nicht um den Poolen gehen. Hier funktioniert es anfangs komischerweise. Ja, das ist völlig anders. Na ja, aber die tun dann schon ihre Liegen. Das ist ja so schade. Das ist immer noch Verteidigung. Ja, wenn du die bezahlst, wenn du die bezahlst, dann ist der Handdeck auch nicht fertig. Anderes Thema. Ja, ja. Ja, ja. Gut, wenn es bezahlt ist, ist was anderes da. Das hat aber nichts mehr mit Urlaub zu tun. Wenn ich um 5 Uhr morgens aufstehen muss, vor dem Frühstück, gehe hier nach unten, schmeiße mein Handtuch auf, weil ich gehe wieder nach oben, leg mich nochmal eine Stunde schlafen. Und dann wird irgendein Idiot ein Handtuch bringen. Oh ja. Das hat nichts mehr mit Urlaub zu tun. Ich habe so einen Maran angeklemmt, das hat dann kein Handtuch. Ich hätte das mal auf den Krieg. Ja, das ist... Ich war auch gestern sehr überrascht, Thomas. Irgendwie bei dem letzten Stopp bei der Tour, bei der Höhle, wo man da reingelaufen musste. Ich hatte in dieser Lagune, wie man das nennt, 4-5-G-Empfang. Also mitten im Nichts auf dem Wasser, durch die Höhle durchgelaufen. Das stehst du jetzt. Da war Arno. 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 In der letzten Höhle. Aber die ist neu. Da wird eine sehr neue Antenne angekommen. Also... Von IES? IES. Die Tobis Zimka. Die habe ich gar nicht. Das ist schon krass, oder? Ja, habe ich auch genommen. Wenn ich mir daheim mit meinem Handy irgendwas mache und gehe in die Küche vor, zum Beispiel. Oder im Kleinanfang. Wird so schwierig, ne? Da raus und fettet schon und alles. Kenn ich. Dann muss ich zwei, drei Meter auf den Balkon gehen oder so auf meiner Terrasse, dann wird die wieder empfangen. Aber das darfst du gar keine Anzehlen, sowas. Auf wieder. Schöne Grüße an die Regierung. Ja, die bringen wir schon noch hin. Ja, wenn wir noch. Das schaffen sie schon. Wir schaffen das. Wir schaffen das. 2065. Ja, genau. Das reicht ja. Da sind wir nicht mehr da. Da sind wir nicht mehr da. Da kann es uns egal sein. Du vielleicht noch. Du bist vielleicht noch da. Ja, das fängt ja in England an. Anstatt mal von anderen Ländern was abzugucken, was gut ist und das mal zu übernehmen, nein, wir entwickeln uns in Steinzeit. Ja. Wirklich. Ja, so ist es. Schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Wir haben das Privileg, dass wir hier sein dürfen. Das ist sehr viel wert. Für mich ist das Privileg. Das kann nicht jeder. Und was ich auch überlege, es gibt ja wirklich viele, die wesentlich ärmer sind. Ja. Wir können ja wirklich noch zu den Reichen alle, wie wir hier sitzen. Ja. 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 Dann sagen wir mal Daumen hoch. Ja. Ich hoffe. Unser Gespräch hat euch erleuchtet? Oder erleuchtet euch? Auf die Togosnode und auf Detonvor. Ja. Genau. Kommt ihr her nach Kamala, lasst es euch gut gehen, herzlich her. Ja. Und Frieden in die Welt. Genau. Und wir hoffen wir mal, dass es bald wieder Frieden gibt, dass die alle mal wieder die Friedenspfe auspacken. Weil was da gerade abläuft auf der Welt ist abatisch. Ja. Alle Klappschüge, Einpackung. Und Peace. Und stellt Friedenswaffen her. Keine Kriegswaffen. Bitte abonniert unseren Youtube-Kanal und rückt auch die Blogger. Und dann verpasst ihr auch nicht mehr. Super! Gib mir 5!